So, dann schnappen wir uns mal die Dawkins. So, dann schnappen wir uns mal auf. um einen Ambush für diese Söhne zu schnappen. Drei weg, drei im Sinn, wieviel sinds noch? Keine Ahnung. Irgendwo ist ein Nugget in der Nähe, vielleicht... Hm. Da? Ich darf vielleicht noch ein Nugget? Nö, nö, nö. So. Oh, falls hier der Secksschüsser. Jawohl, aber ich nehme lieber das Gewehr. Ich bin Gewehr-Fan. Gewehr-Fuzzi. Oh, perfekt. Die Brüder haben sehr viel für ihre Stupide bezahlt. Aber jeder weiß, dass sie es kamen. Es gibt noch mehr als das. Ich habe alles über das Ding gelesen, also ich weiß für ein Fakt, dass es sehr anders ging. Oh, oh, das ist der Zweite. Es war wirklich... Oh. Eine Kasse von US-Deputten-Marschellen waren auf der Rooftop über die Straße. Sehr gut, meine Damen. Die werden einen Gewehr machen. Die Berichter haben die Daltonen seit Monaten geprüft. Jetzt haben sie endlich tot zu Recht gehabt. Unter ihnen war ein Bounty Hunter, beobachtet von vielen ein Berichter. Ich werde dir danke für das. Die Marschellen versucht die Daltonen zu verschwinden. Ich bin fast nicht auf die Windows-Taste gekommen. Weiter geht's. Peinlich, peinlich, peinlich. Na ja. Oh ja, wo muss man lang? Wo muss man lang? Muss man da runter oder? Ah, da ist ne Leiter. Ah, die hab ich grad eben übersehen, alles klar. Hey, wo denkst du, du dumm Hörer? Das Riefel war mir. Aber er hat ihm nicht bezahlt. Ah, vielleicht von da oben? Vielleicht von da oben? Genau. Was ich denn überhüpfe? Ach so, ich bin auf der Bank. Ah ja. Oh! Oh, oh! 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 Hm. Abgesackte Schlotzeine. Ach ne, die taucht nix, Leute. Taucht doch nix. Scheiße, wo ist mein Gewehr? Wo ist mein Gewehr hin? Wo ist mein Gewehr? Fuck. Ach so, die haben jetzt statt der Pistole. Okay, dann ist ja nicht so schlimm. Ich hab jetzt gedacht, mein Gewehr wär weg. Okay. Der aus dem Stuhl taucht nix so viel als Deckung, Spatzfreund. So. Ja, ich habe ihn getötet. So ist es. Dich jetzt auch. Dich jetzt auch. Irgendwo liegt ein Nugget. Hm. Ah, da. Sehr schön. So, und jetzt, jetzt stürme rein. Oh. Scheiße. Na ja, so geht's auch. Das ist Silas Greaves. Was zur Hölle? Blam! Blam! Er kam aus Wiktoriusz. Er hat diese Thiefen-Daltons. Ah, 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 ah! Sein Name? Er war Silas Greaves. Und wenn die Duster endlich sattelte, war er der letzte Mann stand. Sorry, Kind, aber das war nicht so, wie es passiert. Oh, doch nicht. War wieder doch ganz anders. Hm. Okay. Ja, so ist das mit Deputies. So ist das. Anführer, Liebhaber, Verlierer, D-Daltons. Warte mal, waren es mit vier? Warte mal. Die Dosen sind anscheinend auf der Flucht, dann schnappen wir die Jungs doch mal. So. Da. Sind sie das nicht? Ah, die kann ich, glaube ich, gar nicht angreifen. Die kann ich, glaube ich, gar nicht angreifen. Oh. Ja, ja, ja. Scheiße, wo schießt denn der? Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das Problem war, sie wussten die Stadt besser als ich. Und zu sagen, ich habe mich in der Mitte einer anderen Shootout in Tyron. Die Daltons waren in jemandem's house? Nein, es waren die Smiths, ich glaube. Wir müssen hier raus. Die waren die Daltons. Und sie waren die Daltons. Die Daltons waren die Daltons. Die Daltons waren die Daltons. Die Daltons waren die Daltons, Die Daltons waren keine Überraschung, als diese zwei Familien waren feuten forever. Und als die Daltons waren, die Daltons schießt, als die Smiths. Pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, Bullets were flying every which way, as all the old fugitives in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Was ist da vorne? Spassfreund. Was ist da vorne? Spassfreund. Irgendwo liegt ein Nugget. Ah, da. 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 Dann müssen wir da raus oder da hoch kreiten, dann, ich geh einfach mal hoch. Ok. Da ist alles sauber, das sei sauber. Dann sind die Daltons schon weiter gezogen, weiter gezogen, weiter gezogen, weiter gezogen. So, dann gehen wir mal da weiter. Gewehr in Anschlag. Es ist jetzt mal gut hier. Es war Emmett, der Jüngste. Und er hat entschieden, seinen Boden zu stehen und mich nach unten befassen. Ich bin nicht Angst, Silas Reeves. Aber ich bin auch nicht... All by his lonesome, wasn't exactly a recipe for a lachen lief. Ja, stirbt doch, stirbt doch! Du bist tot, Lawdog! Sag mal, warum stirbt der nicht? Puh! Er hat 23 Schüsse, ich hab mitgezählt, genau 23, das passt schon. Aber ich muss sagen, dieser Junge hat Grip. So, dann haben wir den ersten Dorken wohl erledigt, der hat aber überlebt, der hat ja überlebt. Quatsch, der hat ja überlebt. 23 Schuss, das ist ja überlebt, das ist ja ganz normal 23 Schuss zu überleben. Obwohl, früher waren die Kugeln noch nicht so durchschlagskräftig. Das kann man schon mal überleben. Naja. Laid, ich bin immer noch Kopfgeld, die ich ja immer noch. Dann schnappen wir uns jetzt mal die Dortons. Ja, ich sollte mal sagen, die schnappen, die uns echen wir, echen wir, echen wo, echen wann, echen was. Und so weiter und so fort. Ha, 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 ha. Hmm. Hmm. We'll get those suckers! They took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track them to the ends of the earth! They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Ah, we are now in the Zumpf. Or at the same time, or at the same time. At the same time we are in the Zumpf, or... Oh, the dynamite. Let me go back a little bit. Ah, in Fastenal is sure. Is there another one? It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course. So we kept an eye out for landmarks. Also, with this card, you have to focus on the trees. You can't click on O and then you can see where you have to go. You have to focus on the trees. Because it will not be difficult. I think there is a very common thing. I think that is a pretty idiot for them to go. It's everything quite straight, right? Linear. Oh, I have been gone. Oh, I have been gone. I have been gone. Ah, sehr schön. Die Ränsen das Jahr waren torrential, so die ganze Stadt war bloß. Die Vigilantes spüren aus wide, und sehr schnell, ich konnte niemanden sehen. Bury sie in die Schwung! Lass sie wo sie stehen! Except für einige Sonnenbücher ahead von mir wollte, so ich hatte sie alleine. Ich habe gefragt, warum meine compatriotischen nicht rufen kamen, wenn sie die Schmerzen hörten. Na ja, na ja, so toll ist das nicht. Na ja, aber ich bin ja zum goldenen Gewehr, da muss ich das gehen, das, das, ja. Na ja, ich muss nehmen, damit ich das goldenen Gewehr bekomme. Na ja, kann man nichts machen. So, machen wir den Weg frei. Jetzt muss man was mit den Freunden von denen spielen, na ja. Ah, verfehlt. So verfehlt ich. Das gibt's doch nicht. Das sind doch bestimmt noch ein paar Russen. Ich glaube, ich kann dich wegziehen. Hm. 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 Huh.